Sie haben bestimmt die ganze Zeit verfolgt, dass wir bei jedem Sonn eine andere Lichtstimmung haben. Und wir haben hier die letzten zwei Nächte programmiert und versucht, schöne Farben zu finden. Und was ich so mitkriege bis jetzt, ist es sehr gut gelungen, aber es kommt noch mehr. Und der Lichtdesigner ist Markus Lenz. Okay, der nächste Künstler, er ist Amerikaner, kommt von Omaha, Nebraska, wohnt in Landstuhl, wie so viele Amerikaner. Und er ist ein Künstler, mit dem ich auch schon ganz lange arbeite und für mich strahlt er immer Unglaubliches aus. Er hat Spaß in der Musik und stellt den Spaß, den er selbst hat, in den Vordergrund. Begrüßen Sie hier Mr. Burdett Max. Hi. I'd like to do a song for you. Everybody here has, or has had an Omaha. This was my Omaha's, one of her favorite songs. And so I grew up listening to this song, and it's still in me. So this is a song for God, of course, and for her, and for you. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Musik Have you trials or tribulations? Is there trouble everywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Oh, what needless pain we suffer. Oh, what needless pains we make. Oh, because we do not care. Everything to God in prayer. Oh, what needless pain we suffer. 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 Oh, how can we forgive? Oh, what needless pain we are.